In unserer Region gibt es viele Möglichkeiten, den Winter abseits der Biesten zu genießen. Eine davon ist das Winterwandern, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut bei unseren Gästen. Unzählige ausgewiesene und geräumte Wanderwege führen zu den schönsten Winkeln in unserer Bergregion. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bieten unseren Gästen mehrmals wöchentlich geführte Winterwanderungen an. Unsere erfahrenen Wanderführer wissen viel Interessantes zu erzählen über die umliegende Bergwelt. Es ist keine Voranmeldung und keine Mindestteilnehmerzahl nötig. Genießen Sie die herrliche Winterlandschaft der Kitzbühler Alpen.